Willkommen zu einem neuen neuen Boxen Video. Wir haben hier einmal von der Firma Nuktois einen Lüfter für den PC. Zeiling und Sachen, die bauen sehr sehr leise Geräte. Das ganze soll, denn ich habe vor, mein Netzteil deutlich zu verleisen. Wie gesagt, wir haben hier eine 12-Volt-Anschluss. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Bis dahin, ciao!